Die Corona-Pandemie hat unsere Lebensweise grundlegend verändert. Wohnen und Arbeiten wurden radikal miteinander verbunden. Unser Leben spielt sich seit Monaten auf den wenigen Quadratmetern ab, die wir unser Zuhause nennen. Die Stadt stößt an ihre Grenzen. Wie sieht sie also aus? Die postpandemische Stadt von morgen. Vielfalt, Gemeinschaft, Lebensqualität. Wir brauchen neue Strategien, um städtische Entwicklungen aktiv zu gestalten. Unsere Vision. Durch das Homeoffice bekommen die Stadtkerne und Vororte eine neue Bedeutung. Die Funktion der innerstädtischen Gebiete wird auf Bezirke und Vororte rundum verteilt. Konkret heißt es, dass alle Bezirke mit dem Umland durch den ÖV und Radschnellwege verknüpft sind. Die Innenstädte und Vororte durch Investitionen und neue Funktionen belebt werden. Tägliche Mobilitätsziele für alle auch zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar sind. Das Ergebnis? Reduzierung von Verkehr, attraktivere Fuß- und Radwegeverbindungen und eine höhere Nutzungsmischung in der Innenstadt und in Vororten. Deine Nachbarschaft wird wichtiger. Die täglichen Wege der BewohnerInnen verändern sich und führen so zu neuen Begegnungen und einer Refokussierung auf das Wohnumfeld. Dadurch entstehen dezentrale Arbeitsorte, wie zum Beispiel Coworking Spaces, als auch lokaler Austausch durch nachbarschaftliche Zusammenschlüsse, Initiativen und Gemeinschaftsräume. Das Ergebnis? Fokus auf das Quartier, Selbstversorgung und neue Wohnprojekte. Das soziale Leben wird mehr und mehr nach außen verlagert. Öffentliche Plätze ermöglichen Austausch und Gemeinschaft. Konkret heißt es, eine Neuaufteilung der Straße durch Pop-up-Radwege, Außengastronomie und Begrünung, Multikodierung von Parks und Grünräumen zum Spielen, Sporttreiben und Kulturerleben. Das Ergebnis ist eine sozial gerechte Stadt durch Multifunktionalität, Interaktionen und Teilhabe. Die postpandemische Stadt wird nachbarschaftlicher, digitaler und öffentlicher. Sie bringt uns näher zusammen, ermöglicht Flexibilität und gibt uns Freiraum. Ergreifen wir diese Chance, die Stadt zu einem noch besseren Ort zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020